Da sind wir mit einem Let's Play zu einem Spiel, das neu aufgelegt wurde, ich aber nicht mal das Original kannte. Die Rede ist von Henry Stickman, einem sehr, sehr lustigen, zumindest vom Trailer her sehr, sehr lustig anzuschauenden Adventure, Action-Spiel. Gucken wir mal rein. Ich weiß es nämlich auch nicht, deswegen fangen wir direkt mal an mit dem Prolog Breaking the Bank. Ich drück auf Play. Manche von euch kennen das wahrscheinlich schon vom Original. Für mich alles neu. Aha. Schaufel. Explosiv. Material, Teleporter, eine Verkleidung, Miley Cyrus und ein Laser. Gegen, na ja, eine Mauer würde ich sagen, oder? TNT? Okay. Fail. Ja, dann könnte ich mich mit der Schaufel unten durchgraben. Graben. Ja gut, ich sehe schon, wie das Spiel funktioniert. Probieren wir den Wrecking Ball. Sehr unauffällig. Was, echt? Oh, komm. Das ist jetzt die Antwort. Okay, Wrecking Ball geht auch nicht. Den Teleporter hebe ich mir auf. I'm firing my laser. Und natürlich, Wiley Coyote did it first. Okay, dann, ich meine, ich nehme an, ist der Teleporter. Wir probieren nochmal die Verkleidung. Als Geldsack. Ja. Ja. Wie haben wir einen verloren? Ich denke, wir würden ihn einfach in die Brücke. Nur um sicher zu sein. Hast du schon immer gefragt, warum es hier eine Bank gibt? Na ja. Es sollte mehr von einem Haus sein, du weißt. Oh, das macht Sinn. Aha, das war so richtig. Das hat eben ein bisschen was von Red vs. Blue. Ach, das ist das jetzt auch wieder ein Ende. Ich dachte, vielleicht, immerhin, bin ich ja quasi einmal reingekommen in die Bank. Der Teleporter ist es. Ach nein, das haben wir ja im Trailer schon gesehen. Ja, aber jetzt habe ich ja gar nichts bekommen. Jetzt habe ich ja einfach alle, alle gefailt. Ja, und dann? Aha, okay. Na gut, okay. Scheinbar ist hier ein Misserfolg. Es steckt ja doch etwas Erfolg in Misserfolg. Ich habe das Gefühl, dass da nicht viel gecheckt wurde. Okay. Hm, oh, das ist eigentlich hier das Nokia. Das ist unzerstörbar. Damit kann man sich zur Not ein Loch in die Wand hauen. Ach, das ist nicht der Nokia-Knochen, das ist irgendwas anderes. R. Kelly. Nee, bitte nicht. Never call R. Kelly. R. Kelly. Please continue your testimony. Okay. I was riding alongside my partner in the armored van, but suddenly, we spotted a bag on the side of the road. We got out and eventually decided to throw the bag in with the others. We didn't know there was someone hiding in there. OBJECTION! So, the defendant crawled into that bag in order to break into the bank. Felix Wright. Is it not obvious? Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Present this evidence already. Was ich jetzt nicht verstehe ist, ich muss doch jetzt, es ist Evidence, aber noch, ich wollte offensichtlich die Bank ausrauben, das ist korrekt. Ich habe einen Doktor, genau, der Arzt hat mir das verschrieben. Doctor's examination of the defendant done after arrest. Defendant suffered many bruises and cuts. All-important badge, it shows that I'm a defense attorney. The bag that the defendant used to sneak into the bank. The knot is tied on the outside of the bag. Heißt das, da ist immer noch einer drin? A diagram of the bank and its surroundings. Naja, das kann ja jeder haben, der hat sich vielleicht verlaufen. A device whose use is unknown. Security footage of the night of the intrusion shows the defendant, and not leaving his disguise and setting off the alarm. Mein Gott. To unlock a bio, right-click a character when you see him. He's short on cash, so it's time to get some. Henry Stickman und Henry Stickman sind zwei völlig unterschiedliche Figuren. Arrested for the attempted burglary of the bank, he now sits in Red Mesa Penitentiary. Krass. Ah, Map? Was bringt denn die Map? Ja, Gerichtssaal. Ist wahrscheinlich alles, was du noch sehen wirst. Kann ich denn auch nochmal zurück? Ah, kann ich tatsächlich. Ein sehr verwirrendes Spiel. Okay, ich habe mich in die Toilette durchgebohrt. Jetzt benutze ich meinen Opa-Zitator. You'll walk through walls. Just move the blue slider to the bottom and you'll become as opaque. That means see-through for all your uneducated folks as you want. Not only that... Das ist ja richtig gut. Oh. Ja, das war nice. You would think something like that would come up in the Beta-Testing. Also, der Opa-Zitator ist an sich gar nicht schlecht, ne? Aber er funktioniert zu gut. Äh... Äh... Nee. Ha, ha! Oben, unten. Nix. Was? Was war denn das? Einfach auf die Fresse gefallen. Dö, 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 ki, ki. Was, Wand? Matrix. Okay. Ich, I accept it. Was soll ich denn jetzt machen? Was? Klicken? Ja, klick. 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 Klick, klick, klick. Ohohoho. Und der besteht nur aus nem Strich. Den zu treffen, ist richtig schwierig. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ich muss sagen, es gefällt mir ziemlich gut. Es ist schon sehr lustig. Ja, wir klauen irgendwas anderes. Als Herr, ich hierbei erkläre, das tunisische Archeologische Exhibit öffnet. Ja, danke. Na, natürlich Sneak-In. Schön Schleichi. Oh, auf welche Art? Anti-Gravity-Cab, Jumbo, Hoppers, Shrink-Ray. Wie bringt mir denn ein Shrink-Ray hier was? Pick, Liquid-Fan, das klingt schon nach ... Ja. Ah, der Teleporter ist ja auch schon mal schiefgegangen. Ne, wir benutzen die ... Sprungstiefel. Flieg! Es hört nicht auf. Na, ich wusste es. Ach nee, jetzt hätte man ... Ihr hattet die Erde doch eh schon gebaut. Können wir doch mal ein bisschen länger fliegen lassen. Ja gut, probieren wir noch einmal den Teleporter. Hey! Ich glaube, so ein Penny. Es sind die einfachsten Sachen. Ja, look, ein Penny. First try. Drop, wire oder warmhole rifle. Ich würde sagen, auf jeden Fall wire. Ich denke, das ist richtig. Haben schließlich eine ganze Serie drüber gemacht. Seht ihr? So, der Laser-Cutter. Hochtechnisiert oder brachial? Hochtechnisiert oder brachial? Hochtechnisiert. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Ich wusste es. Das sind doch mal Möglichkeiten. Ach, das ist schon lustig hier, ne? Der Pirat aus SpongeBob. Der heilige Gral. Hinten waren auch noch ein paar Sachen hier. Irgendein altes Ninja-Schwert. Ähm, was steht da noch? Ich kann es nicht lesen. Also, Kanone, Käse, Planke. Kanone, Käse, Planke. Ich kann nur Käse nehmen. Was soll ich denn sonst nehmen? Ja, der Jeller Käse. Was soll ich denn sonst nehmen? Na ja, euch traut man ja irgendwie eh nicht über den Weg, ne? Probieren wir halt einfach mal die Kanone. Nein! Nein! Okay, komm, Planke. Aber ich hab keine Ahnung, wie... Was soll das denn sein? Und nachdem, haben sie ihn verraten. Was? Wirklich? Ja. Snap-neck! Du kannst doch eigentlich mit dem Diamanten ihn erschlagen, einfach. Ich nehm ihm das Gewehr ab. Weil der so dünn ist. Ja, komm, wir probieren's mal mit dem Diamanten. Diamonds are a guard's best friend. Kling, kling. Yeah. A drop on the head, baby. Ja. Unseen Burglar. Das ist eigentlich meine Bewertung bei Tinder. Ich habe ihn kaum gesehen, als er wie ein Wirbelwind über mich kam. Soundtrack links, brauch ich nicht. Next. Well, well. Look who finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty. We just can't pin them down in crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery. Breaking yourself out of prison. And even stealing the Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, uh, how do you want me to bring you in? Natürlich die Sticky Hand. Super. Ich hatte früher eine als Kind. Die wurden dann irgendwann schmutzig, und haben nicht mehr richtig gegrapscht. Zero Point Energy. Er lernt auch nicht. Oh. Ne, ihr wolltet das doch. A winner is you. Äh, okay. Hier hab ich noch gar nichts. Hier kann ich noch gar nichts mehr machen. Vielleicht kann ich da auch zurückgehen. Ja, genau. Ich geh mal zurück. Check, check, this is Charles. I thought I'd give you heads up. Uh, there's a guy. Down there, a bad guy. So, uh, yeah. Good luck. Äh, äh, äh. Oh, die sind alle lustig. Ich glaube, klopfen. Ja, ich dachte, du hast vielleicht noch einen besseren Plan, als jetzt, was nach dem Klopfen kommt. Ja, also auf jeden Fall eine Verkleidung mit dem Hut. Hey, du da. Was denkst du, du machst? Es ist Smith, oder? Was machst du hier, Mann? Deine Wirt hat gerade in die Arbeit gearbeitet. Geh den Schraubboden hinter dir. Du ziehst dich direkt zum Krankenhaus. Geh'n. Nichts Worte, ich erzähle dir, Chief. Ja, geil. Accidental Daddy. Okay, Disguise war eine gute Idee, aber hat sich leider nicht bewährt. Glue, da weiß ich nur nicht mal, soll ich den schnüffeln, oder was soll ich damit machen? Visit alternate dimensions with the flick of a switch. Shit. Ich mach' den Text. Okay. Das ist es jetzt aber. An der Wand entlang. Okay, über die Lücke mit einem Robo-Helter. Der Helper, der mich erstaunlich an Tails erinnert. Charles, ein Typ mit einem zugekniffenen Auge. Wer ist der geilste Typ? Und hat einen Daumen. Wow. Gravity Bubble. Ja, die klingt gut. Ja, ich habe dieses Ding hier, das kann die Gravität manipulieren. Das sollte man mit dem Flot überfließen können. Ich muss mich einfach... Warte. Oh. 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 Okay, komm, wir nehmen, wir nehmen Tails. Alright, here comes. Gut. Gut, gut, gut. I don't think that kind of that opened the door. Yeah, why don't you let me take care of this? Stanzis. Bone melt, mind control, remote access to the Gatling gun. Alright, get to bring out the big guns. Hey, you should be good to go now. He didn't even hit the door. Ja, das war irgendwie so klar. Aber egal. Na, wir probieren mal Mind Control. Wow. This guy really is a moron. Can't believe he doesn't know how to open the door. Okay, der hat die Karte sozusagen kaputt gemacht. Geil. Alles richtig gemacht. Tja. Hätste Mal nicht einfach so rumgestanden. Oh, Mann, ich erinnere das. Good thing nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Oh. Falcom. Ja, halt echt. Wie kannst du? Oh, Mann, I remember this. Good thing nobody knows about this, or we'd be in a lot of trouble. Oh. Hallo, Mr. Spider. All right, you got some evidence. Oh, wait, wait. There's no way you're getting through there. Lots of guys, and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It looks like you can get around if you go through that air duct. Nää. All right, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Make an animal noise, shut off the power. Oh, diese Auswahl. Okay, shut down the power now. Ah! Oh, stimmt ja! Hahaha. Das ist eine gute, das ist eine geschickte Geschichte gerade. Das gefällt mir. Reroute the power. Okay, I'll reroute the power to a random room. That's fine. Okay, Forced Gun. Das schießt hier wohl irgendwie weg. Ach, das ist hier, kennt ihr, ne? Die, die dann so einen, so einen Luftstoß machen. Schlafgas, Flashbang, Bananabomb. Natürlich die Bananabomb. Ja, okay, die war vielleicht ein bisschen zu stark. Dun, 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 dun. Ja, aber mit der Forced Gun sie so ein bisschen aus dem Flugzeug ballern. Könnte klappen. Ja, Mann. Das könnte ein Problem sein. Das war doch nicht das Spiel jetzt. Das war doch höchstens... Oder? Das war's? Nein. Aber das war sehr toll. Hat richtig Spaß gemacht. Ah, hello, Henry. Welcome to the wall. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here. And now we have the infamous Henry Sticker. You're going to be here for a long time. Grigory, take him. You wait here until it's still found. Totspielen, da werde ich ganz sicher begraben. Wait for transfer, warte ich ewig. Charge, Tackle wäre vielleicht jetzt die Gelegenheit. Boost up. Ah, da nehme ich den Stein, ne? Okay, komm, versuch mal, oder? Was ist das? Nee, der nimmt die Beine in die Hand. Okay. Ach, Boost up geht. Okay, ja, ja, ich verstehe. Die tragen sich gegenseitig nach oben. Nicht schlecht. Äh, wir helfen ihr hoch. Thanks. And I'm like, look at how much I care. I don't care. I ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Tall guy. Ach, wer mei. Adult, äh, nee. Vincent Adultman. Ähm, Bounce Bros. Oder Distracten. Oder Synchronized Takedown. Ich glaube, ein Synchronized Takedown ist hier an dieser Stelle das Richtige. Oh, ja, last night. Okay. Das wäre nämlich nicht gegangen, wenn sie nicht dabei gewesen wäre. Hm. If we can get you up there, you could get in and open this door. Judo Throw. The Force. Ravator. Wir vertrauen der Technik. Das war klar. Äh, warum nicht die Force? Gut. Gut. Okay, also Taser ist zu freundlich. Sniper Rifle dauert zu lange. Granate ist eine gute Geschichte. Ach, one each. Ähm. Ähm. Ach so. Electricity plus Grenade equals crazy explosion apparently. Äh, okay. Dann nehmen wir jetzt Sniper Rifle und Crossbow. Warum drehst du dich an? Es ist schon sehr gut. Okay, ähm, also Sniper Rifle ist es nicht. Crossbow hat aber gut funktioniert. Und der Taser, ja, warum? Ach so, das müssen immer so, okay. Na gut, dann probieren wir mal Crossbow und Granate. Au. Uh oh. Nadaa. Ach, komm. Granate. Und Taser geht ja auch nicht. Dann kannst doch nur. Aber Sniper Rifle hat doch schon gerade eben so furchtbar daneben gelegen. Ja, natürlich, blend in, man. Okay, blend in, toss oder pass by. Probieren wir mal das. There is Convict here. Make a face. The knee! Oh! Flawless victory! I guess they do look pretty similar. What, do you think that will upset me? Oh, very much. Thanks, I guess. No, let's get out of here. Links in den Wagen oder hier rechts auf das Motorrad. Wir machen The Great Escape. Was? There has not been an incident here in 50 years. The day you show up this happens, you are going to regret everything. Oh, geil, mit dem Stoppschild. Oh, geil, mit dem Stoppschild. Ja, das war sehr gut. Hab ich gut gemacht. Danke, Simon. Da zeigst du uns immer nur die besten Gameplays. So, Episode 5. Aha. Kann ich jetzt verschiedene ... Nee, viele kann ich eigentlich gar nicht machen, ne? Kann den auswählen und sie auswählen. Und die anderen Sachen hab ich scheinbar nicht. Ach, das wären Dinge, die ich hier bekommen hätte. Bei Infiltrating the Airship hätte ich wohl auch diese drei Dinge hier bekommen können. Okay. Ups. Also, ich weiß es nicht, aber ich nehm mal an. Kann das sein? Ach nee, vielleicht sind das auch einfach nur ... Doch, hier unten steht ja Lounge. Ist ganz geil, weil die epische Geschichte wird ja einfach immer weitererzählt. Das ist wirklich gut gemacht. Wirklich gut gemachtes ... Spaßiges Spiel. Ah, da ist er. Du sagst, du hast etwas mit ihm in der Vergangenheit gemacht, oder was? Wenn du ihn vertraust, dann so bin ich. Hey, Henry! Schön, dich wiedersehen. Wer ist dein Freund? Ich bin Ellie. Schön, dich zu treffen. Ein Freund von Henrys ist ein Freund von mir. Also, äh ... Ich konnte dich anrufen und dich anrufen. Aber ... ... ... Ich weiß nicht, dass der Käpt'n ist. Ja, er hat sich das Pick-Up sanctioniert. In return we're gonna need your assistance again. The Top-Bats. Again. Hope that's alright. Well, it is the least we could do. He is helping us out. Good. Let me fill you in on the details when we get into the air. Alright, so what's left of the Top-Bat Clan is set up some sort of secret base out in the jungle. It seems like they're planning on launching some kind of space station into orbit. They'll be sitting pretty if they pull this off. So we gotta make sure that they don't do that. I talked to the General and he said he's pulling out all our main forces. He said that Henry and I made a good team last time so he trusted that we can pull it off. Henry and I make a pretty good team too. Don't count me out. Then we're gonna make a great squad. The three of us will have no problems completing the mission. Why did you say it like that? One will not survive. Alright, we're there. I don't think I can get any closer without getting shot down. No worries. We can get there from here. Where are we dropping boys? No worries. Das ist doch mal sehr spannend. Hier warten wir kurz, denn wir haben nur noch wenige Sekunden, bis die Werbung uns trennt. Danach sind wir wieder hier. Ich hab einen neuen Café. Und wir haben eventuell dann auch eine Lösung für dieses Rätsel. Ihr könnt jetzt im Chat darüber diskutieren, was es werden wird. Die Flügel, der Jetpack oder der Fallschirm. Äh, ich weiß nicht, was davon uns wirklich friedlich ans Ende der Mission bringt. Wahrscheinlich keins von den dreien. Ähm, ja, sucht's euch aus. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Henry Stickmin ist der Name of the Game. Und wir sind mitten in einer gefährlichen Mission. Wir haben drei verschiedene Wege in unserem, ähm, auf unserer, ja, in unserem Ziel zu landen. Oh, vier sogar. Den Sonnenschirm hab ich noch ganz übersehen. Gut, dann nehmen wir doch direkt den Sonnenschirm. Hat überraschend gut geklappt? We got some delinquents on the window of the control tower. I'll take care of it. Yeah, I was just about to close up. Ja, das war dumm. Flügel. So stell ich mir das bei Jan Tenner auch immer vor. Ach, die leben noch. Oder ist das das Ende? Mission failed. Ja, okay, es ist natürlich immer random, ne? Es könnte genauso gut, die Flügel könnten genauso gut funktionieren, wie der Fallschirm oder der Sonnenschirm. Jetpack ist mir irgendwie zu cool. Ich glaube, der wird nicht funktionieren. Aber der Fallschirm, ganz hinten. Das war ja richtig dämlich. Gut, dann muss es halt das sein. Okay, Minecraft. Donkey Kong. Oder Gender Bender. Barrel. Ich habe keine Ahnung, was Swap in diesem Kontext bedeutet. Ah, das ist ja lustig. Climb down and run. Nochmal swappen oder thrown. Ja, ich glaube das. Kann doch nur richtig sein. Barrel. Barrel. Ach ne, erstmal swappen. Ich glaube das ist richtig. Ich habe keine Ahnung, was ich nicht mehr so gut bin. Ich habe mich auch nicht mehr so gut. Ich kann mich auch nicht mehr so gut sein. Ich kann mich auch nicht mehr so gut sein. Ich bin mir das. Ah, gut, dann probieren wir das. Was? Hand! Haben wir wenigstens cool gestorben. Kanone? Sie wurden gegründet, um Menschen zu töten. Das ist ein bisschen wunderschön. Direkt her. Jetzt schnell, Leute, du musst die Röcke stoppen, die sich auszuprobieren. Ähm, ich habe ein bisschen eine Situation. Downgrader, was passiert denn damit? Fusion. Yo! Diversion, ich glaube Fusion. Vierer, du hast die Röcke stoppen, die sich auszuprobieren. Was ist denn, die sich auszuprobieren? Du denkst, dass du einfach auszuprobierst, dass du mich ein Spiel für mich bist? Du hast mich nicht lachen. Es gibt genug, etwas zu warten. Oh nein! Nein! Was? Voll der Anime-Kampf. Scheiße. Normally this goes on for another three hours. Das ist korrekt. Okay, also dann muss es der Downgrader sein. Ja, geil! Das ist richtig gut. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist wirklich reines Glück, ne? Ja. Ja, das ist schon ziemlich gut. Ich gehe nun raus. Ich gehe mal hier weiter in den Raum. Ja, das hat gut geklappt. Okay, der hat einen Kopfhörer auf. Ich glaube ihm. Okay, guys, I have the most awesome plan. I'm going to crash headfirst into the cafeteria window. What do you mean? Like you're going to jump out and smash it with your head? Oh, no, with my helicopter. What do you guys think? I'm ready to... Hold on. I don't really understand. What's not to understand? It's simple. To fly the helicopter into the window. But how does that help? I don't really think you get it. Henry, you get it, right? I guess I'm outvoted then. I think it's a little bit out of range now. It would have been amazing, Charles. Ja, ich muss... War irgendwie klar. Natürlich ist Henry's Plan bescheuert. Natürlich ist es Ellie's Plan. Wir machen trotzdem Henry's Plan. Seems like Henry's got a plan, so... Uh-huh. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. That's a great idea. All right, you guys do your thing. I'll be ready. What? Who's that? Did you set the autopilot? All right, then. Let's bail. What? Ah, what a move. I can't believe we did it. Where'd you end up sending the rocket anyway? That was a lot of fun. You know, feel free to call us if you've got any more jobs to do together. Right, Henry? Triple Treat. Das war richtig lustig. Also, das würde ich mir auch als Serie angucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon echt einfach gut. Der Humor passt, das Timing passt. Ja, ähm, das ist jetzt scheinbar das Ende. Kann ich jetzt noch mehr? Nee, ne? Das ist hier nur... Hm, es gibt schon noch verschiedene Enden. Das ist aber die Hub-Welt wieder, glaub ich. Also, vielleicht geht's ja noch weiter. Improvisive Plan, Cafeteria, Combo Time, Rocketboarding, Where We Dropping. Da haben wir alles ausprobiert. Man kann doch mal hier, komm, probieren wir nochmal den Hub anders aus. Und zwar Ellie's Plan. All right, guys, listen up. I got a plan. Henry and I will overload the engine room, causing an explosion. Charles, we'll need you to wait outside the auxiliary exhaust by the forward-left booster. We'll only have about 20 seconds to get out before it blows. All right, I'll be ready. Now hurry. Where is he? All right, I'm in position. I don't see you guys, though. Weil er halt doof ist. Charles. Äh, hier haben wir auch noch zwei. Komm, die Combo Time. Äh, Nets. That's a net loss for you two. Ja, aber jetzt ist aber was... Äh? Jetzt hab ich doch alles schon ausprobiert. Kanone, Netz und Hand. Jetzt klatschen sie ab, genau. Und tschüss. Ähm, okay, komm, jetzt hab ich doch alle probiert. Funny story. This cannon was actually built to fire humans. It's kind of weird. So, hier hab ich doch auch... Hab ich hier alle ausprobiert? Und ich glaub, ich hab hier alle rausprobiert. Ähm, got a little bit of a situation. Warum tragen die eigentlich alle Hüte? Ähm, ja, das hatten wir alles, ne? Hatten wir alles schon. Okay. 2, 2, 3, 3. Hier machen wir noch das letzte. Wird hatten wir nämlich noch nicht. Das dauert so lange. No! Und das ist alles, was ich über Minecraft weiß. Äh, dann gehen wir doch nochmal zurück. Da, sind das jetzt neue... Ne, auch nicht, ne? Ich kenn das Spiel ja nicht. Ich weiß grad nicht genau, wie man hier weiterkommt. Ich geh mal ins Menü. Ah! Haben wir echt schon alle? Haben wir echt schon alle durchgespielt? Ist ja traurig. Achievement Fails. Hab ich hier vielleicht... Breaking the Bank machen wir nochmal richtig. Das hab ich nämlich eben nicht richtig gemacht. Das haben wir ja richtig... Das hatten wir schon, ne? Das hatten wir. Das Geist hat gut funktioniert. Aber ich glaub, danach hab ich irgendwas anders gemacht. Hä? Wie haben wir einen verloren? Ich denke, wir können es einfach in die Brücke. Nur um sicher zu sein. Hä? Du ever... Wondervar warum da ein Bank ist hier? Hm, well... Ich denke, es ist eher so etwas zu sein, wir wissen? Oh, das macht Sinn. Das war's. Ich hab nicht einmal eine Möglichkeit gehabt, was zu ändern. Ja, okay, shit. Ich hab das Gefühl, wir sind hier leider am Ende von dieser wunderschönen kleinen Geschichte. Vielleicht auch nicht, aber das waren sie scheinbar alle schon. Das macht mich ein bisschen traurig. Ähm, na gut. Es gibt keine Nachricht. Schau mal kurz in den Chat, was ihr so schreibt. Gibt scheinbar wirklich nicht mehr. Gibt's irgendeins, was wir noch nicht so richtig hundertprozentig gemacht haben? Wir sind überall rausgekommen. Nee, wir haben das eigentlich alles richtig gemacht. Ähm, okay. Dann muss ich jetzt doch noch mal kurz darum bitten, dass wir eine kurze Pause machen. Oder wohl, ja doch, machen wir kurz eine Pause. Äh, doch, es gibt mehr, es gibt andere Endings. Naja, aber es ist ja eigentlich dasselbe Spiel, oder? Hm. Bin mir nicht ganz sicher, ob man hier wirklich ... Na komm, wir probieren mal eins noch. Wir probieren mal eins noch und danach starten wir nochmal neu. Äh, und ich werd vielleicht was anderes spielen. Mal gucken. Ah, hello, Henry. Welcome to the wall. Ich drück das mal weg. Wir haben's ja schon gesehen. Boost Up, Charge, Tackle. Oh no, no. Speed Juice! Oh no. Oh no. F*** Sonic. Acrobatics. Manual. Warum ist die Pferde zu klein? Was? Nein! Wow! Ah! Ah! Jawohl, der Geist. Wo ist er? Sir, ich habe ein Messer. Ja, bitte. Der Diplom. Lest mal alle die Diplom. Ja, Henry Stickman hat erlacht. Er ist noch da? Achtung! Wir haben einen geschlossenen Konflikt. Du hast die letzte Szene nach der Übersetzung. Ich mache mir das selbst. Five Guys, the Treadys. Okay. Ja, dann halt mit dem hier kämpfen. Punch-Out. Jawohl! Jawohl! All right, he's up here somewhere. We cannot let him get through this gate. Oh, nice hat. Fuck. Do you wanna try that? Nein! Nein! Ich habe gedrückt! Klick, 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 klick. Oh, ja klar. Das war... Ich wusste, dass das nicht klappen wird. So, jetzt nehmen wir oben rechts. Bail! Ja, sehr gut. Oh... Ich habe gesagt, Henry, ich bin froh, wirklich, ich bin. Du bist der erste Person zu übernehmen, aber das ist der Ende für dich. Du hast zwei Optionen hier, Henry. Ich habe gedacht, der Airbag schießt mich irgendwie auf friedliches Gebiet. Der Warpstar. Dann mache ich mal Surrender. Dann fange ich mit uns zurück zum Komplex. Was wird es sein, Henry? Du hast die richtige Wahl gemacht. Fange ich jetzt wieder vorne an? Ich habe mich mehr erwartet. Dann nehme ich halt den Warpstern. Jetzt habe ich doch nichts mehr übrig. Ich lasse mal die Zeit ablaufen. Aber das ist der Ende für dich. Du hast zwei Optionen hier, Henry. Du bleibst in da. Oder du gehst mit uns zurück zum Komplex. Was wird es sein, Henry? Hm. Das ist einfach zu bad. All right. All right. Everyone back to work. I will not forget about this. This is coming out of your paycheck, all of you. Das war richtig gut. Zwei von fünf Enden. Das sind fast alle. Oh. Ich skippe das mal. Das kennen wir ja schon. Äh. Oh. Ihr seht ihr. Jetzt kann ich nämlich ... Diese beiden kombinieren. Was ist hier los? Was ist hier los? Was passiert? Ich habe es zerstört. Ich habe es kaputt bekommen. Na gut. Dann starten wir aber nochmal neu. Ähm. Das kann passieren, wenn ich am Pad bin. Jetzt muss natürlich auch noch ... Neu starten. So. Tja. Ist auch ein Skill. Ultimate Software Destruction. So. Endlich. Hier waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir eben. Jetzt weiß ich nicht. Ging das hier dann weiter? Oder war das dann die fünfte? Wir hatten doch ... Wir konnten doch verschiedene Sachen auswählen. Ja, genau. Das nehme ich. Ich nehme das mal, obwohl das gar nicht geblinkt hat. Ich habe irgendein Ende bekommen, wo ich das gar nicht erkämpft hatte. Okay, Indiana Jones. Das Tothback Clan ... 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 Nööööö Versuchen wir nochmal anders Nein! Shit! Ups Ich habe.. Wie macht man ein Vollbild noch mal? Ich kann nicht mehr ... Ich kann nicht Vollbild, ich muss ausmachen. Wer hätte das gedacht? Da hat mich das Vollbild erwischt. Das fehlende Vollbild hat mich erwischt. Ja, ich starte noch mal neu, damit ihr auch schönes Vollbild habt. Alt plus Enter, hab ich alles probiert. Ich glaub, meine Tastatur ist umgestellt. Ey, das war jetzt nur Escape. Jetzt können wir gucken. Alt, Enter, Alt, Enter. Nein, 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 nichts davon passiert. Nee, gut, kann ich das hier vielleicht in den Optionen ändern? Das kann ich mal ernst sein. Fullscreen. Bam, okay. So, wir waren hier bei der Mission, wir hatten auch den Komplex. Komm, wir gucken noch mal bei der Mission, was ich noch so kombinieren kann. Ach, kann ich gar nicht mehr, schade. Jetzt gehen die anderen Sachen auch neu. Ich bin doch hier dieser Mad Head for Life. So, kann ich da nicht irgendwas... Was ist das eigentlich? Endings Hub? Ah ja, okay. Da kann man die verschiedenen Ending... Okay, okay. Und wenn ich die beiden... Fake Death... Wir gucken mal kurz. Wahrscheinlich ist es was, was ich schon kenne. Ja. 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 Okay, follow me. I have a way we can get into space. Secret government prototype. What do you think? There it is. Alright, how do you want me to bring you in? Oh, this is so exciting. Oh, this is so exciting. It's just like last time. Air cannon. It sounds weird, but this air bubble's gonna keep you breathing till you get to the side wings, alright? Yeah. It's also really sturdy, so you don't have to worry about it popping on you. Unfortunately, it doesn't move very fast. Still working that one out. Yeah, don't worry, I'll keep you company till you get there. Should be a problem. What kind of movies do you like? Jetzt hab ich mir schon gedacht, als wir da hingeschossen wurden. Okay, versteckt in einem Müllberg. Put on this space suit and hide in this ball of trash. What? It's a good idea, trust me. See? I told you it was a good idea. The top bats have no clue you're there now. I'm gonna stick back here, though, so they don't detect me. I should still be able to help you get inside from here, though. Super accurate laser shot. Der wird ganz sicher mich treffen. Hot knife. Könnte klappen, Charles. Oh man, Charles. Enttäuscht mich nicht. This calls for some bold action. I'm the bold action maa- Warning. Critical damage to core. Please evacuate immediately. I've always wanted to do that. Warning. Anyways. We should probably find a way off this station before it explodes. Looks like the door is jammed. This is the only way through. Hacken. Liften. Venten. Hey, komm, wir sind zu zweit. One, two, three. Ah, oh, war klar. Hacken. Hack the planet. Yeah, I have no idea what I'm doing. Bro. So. Ja, dann kann's ja nur das sein. Alien. Alien Isolation. Oh boy. We're running out of time. Damage to core. Please evacuate immediately. Scheiße. Äh, den mit dem gesprungenen Glas. Ah. Well, that was intense. Ah, can't wait to go home. Was? Warum? Okay, tschüss. Ich hab dir auch schon mal geholfen. Henry? You there? Ah, man. That roughed me up. Got him, though. There's gotta be another escape pod around here somewhere. We did it, though. We got him. It was a pretty good plan. I couldn't say it was the greatest. Ha, 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 ha. No! Where's Chuck? Is he safe? We're safe. We're safe. General. The Topgut Station has been destroyed. Excellent news. What's wrong? Zu welchem Preis, frag ich euch? Wie viele müssen noch sterben? Äh, 3-3-2-2-2-2-2-2-2-1-3-0-2. Das machen wir nochmal. Alright, I'll just swing by, I guess, and drop you off. Hey, Chief. We're detecting a government ship approaching. Okay. So, blow them up already. Na! Okay! Danke! Junge! Ups. Shit! Aus Versehen. Ich drück gleich nochmal. Weg. Ja, 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 ja! Abkürzen will ich's! Okay, ähm, Beam haben wir versucht, droppen. Hm. Ja. Ja, ja, gut. Ah, nein! Das ist ja die, die nicht geht! Ach! Ja, ja, ja! Es ist auch wirklich steuer, also du musst dich nicht bemerken, um es aufzunehmen. Leider ist es nicht sehr schnell. Es ist immer noch zu arbeiten. Ja, keine Angst. Ich bleibe dir zusammen, bis du da bist. Es sollte kein Problem sein. Welchen Film möchtest du? Okay, die hätten wir... Hier haben wir noch... Ich probiere die erstmal alle aus, äh, mit dem heißen Draht. Hey, fühlst du den Knopf da an deinem Helmet? Geh' und press' das. Es ist ein Knopf, der so heiß ist, er kann durch irgendwelchen Materialen kümmern. Du hast ihn, nicht? Ha! This might make you a little nervous, but I'm gonna fire a super accurate laser shot right next to you. It'll make a hole you can climb through and get inside, you know? We're under attack. Maximize the shield. Ha! Ja, ich muss sagen, sie geben sich auch echt Mühe, dass nicht immer die Dinge passieren, die man denkt, dass sie vielleicht passieren, sondern nein, sie geben sich echt Mühe. Okay, hier nehmen wir nochmal die zwei Enden, jetzt die zwei anderen. Why do they even have that lever? Ab in die Sonne schießen! Rude! Ja, schade. Damit haben wir das ja jetzt alle. Ne? Haben wir alle. So. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Und gehen mal... Viele haben gesagt, ich soll hier in drei... Das ist Episode drei. Drei und vier soll ich nochmal andere Sachen probieren. Ich skippe mal. Äh, Sticky Hand hatten wir schon einen Grapple Gun. Joy Buzzer, Expanding Foam, Wait. Hat geklappt! Ich habe einen Schlüssel. Computer, Elevator oder Vent. Erstmal gucken, was man hier machen kann. Ja? Ja? Ah, Nils! Das war nämlich sein Spielstand. Okay, äh, wir gucken mal weiter. Das ist so gut. Das war so klar. Das war einfach klar. Gut. Ich bin aber doch auf der richtigen Seite. Magic Pencil, Stretch, Chewy's, Leap oder Teleporter. Magic Pencil, komm. Was ist das? Was ist das? Ha, did you draw a Nutshot crawler? Ha, ha, ha. Ja, komm. You know what really grinds my gears? attends. And my apologies everyone. It deploy some evasive maneuvers. Flop of ducks flew by. Hey. You think you could let me out of here? Oh, thank you. Hmm. Ah, natürlich. Der Power Glove. Er ist so red. Ach komm. Paperizer. Ach, ich werde zum Papier. Das ist super. Also, Claw-Tag im Rucksack. Eine Klaue im Rucksack. Shrink and Grow. Gravity Manipulator. Hey, you. Stop right there. What's going on? Looks like he set off some sort of alarm. In the vault? What? He's going rogue? Alright, move to plan B. Cone reinforcements and move in. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to... Oh, shit. Schwierig. Fallout Mario. Propan, Gas oder... Umbrella. Ich glaube, das ist richtig. Ah, und nach unten. Dann nehme ich doch lieber den Propan-Gas. Tank. Wie soll ich denn wissen, was davon überhaupt sinnvoll ist? What happened? Ist abgestürzt? Was? Zu viel Action? Zu viel Action? Ist ja wirklich abgestürzt. Das ist wirklich... Mir passiert sowas regelmäßig, möchte ich nur noch mal sagen. Für mich stört das alles gar nicht mehr. Aber hier seht ihr endlich mal, wie das so ist. Mit meinem Technik-Karma. Was hat mein... Was haben meine Vorfahren gemacht? Haben die... Weiß ich nicht. Haben die Sendemästen abgesägt. Und... Mich... Mich... Ich muss jetzt hier... Ich krieg das Karma ab. So, wir machen das mit dem Flagship. Nochmal mit dem Airship. Versuchen jetzt nochmal einen anderen Zugang. Und zwar mit dem Cannonball. Hey, I've been looking at the numbers here. What do you think? Ah, yes. Let me have a look. Laser, Stuhl oder Schubkraft. Mann! Stuhl! Stuhl! Okay, und stuhl! shaft black Effekt? Okay! Ist dir soesindo gut? Na, na. Ich sage dir jetzt mal im messen! Stuhl! Eject! Stuhl! 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 oh ja man follow the money mentally prepared enough for alternate dimensions okay nicht bohnen metal band robo pants rocket jump schnell was noch einer dirk warum warum dirk nein ich vertraue jojo jolo mit jojo the right hand man attacked a bash oh nein eine massive schockwelle alter einschlag schon die frage muss gestattet sein was habe ich gedacht das passieren würde ja das was ja immer passiert irgendwas völlig unerwartetes scheiße drei bomben sind drei zu viele out of all the options you choose fight ich probiere es noch mal anders die magic magic genau weil die fleck ja toll backfire okay wir versuchen es noch mal ledel 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 was haben wir denn tools chainsaw 7523 das ist ein schaden explodiere gut also ich meine eigentlich wäre der glider schon richtig aber wahrscheinlich mit dem glider entweder geht der glider direkt nach unten oder der glider geht irgendwo hier rein und das führt in irgendeine häckselmaschine oder ne ich weiß es nicht aber beef ab probieren wir das mal werde ich dann stärker und kann besser springen aaa super knie once i was a stick man but then my knee exploded i mean ich wusste es doch natürlich gut das ist halt der glider das kann doch keiner glauben das ist wirklich der chef er hat sogar zwei hüte auf ähhhhh ähhhhh dummies, missile, parachute oder tank oder was ist das? seht ihr wieder einmal die mütze? auf ahhh ok diese beiden seiten sind fürs militär diese beiden seiten sind für den top hat jetzt bin ich auf deren seite krass jetzt bin ich auf deren seite treffend die sind meine äh das ist die Ich muss sagen, das war schon gut. Das gefällt mir schon gut. Das ist wirklich toll. Jetzt habe ich hier... Alter, das sind ja mal viele Sachen. Da sieht man mal, was man noch alles hätte machen können. Komm, haben wir das denn jemals anders gemacht? Komm, wir hören mal den Joy-Buzzer. Aber dafür immerhin geschafft. Okay, scheinbar hatten wir schon alles richtig hier mit Warten. Dann nehmen wir direkt die nächste Entscheidung. Nehmen wir dann die anderen mal. Ach nee, hatten wir auch schon. Computer hatten wir. Das hatten wir natürlich auch schon. Gibt es noch irgendwas anderes? Nee. Genau, hier waren wir letztes Mal. Und da gab es noch, glaube ich, noch andere Möglichkeiten. Teleporter. Oh nein. Im Nichts. In der Wartematrix. Die hatte ich doch schon probiert, oder? Ich probiere es nochmal gerade, was das nochmal war. Nee, hatte ich noch nicht probiert. Noch hatte ich probiert. Ja, jetzt erinnere ich mich. Was ich nicht ganz verstehe ist... Das ist ja supernervig mit dem Escape. Mach ich gleich nochmal. Bios. Sieht man ein bisschen, was ich schon an Charakteren gefunden habe. Nicht viele. Möchte man echt sagen. Okay, komm. Nochmal kurz Menü. Options. Vollbild. Okay, wir haben jetzt drei... Jetzt machen wir vier nochmal. Da habt ihr gesagt, da wären auch noch neue Dinge. Leute, Alt-Enter geht nicht. Zum 1000. Mal. Hello, Henry. Ich skippe? Warum nicht das? Alright, let's go. Jetzt habe ich sie einfach verloren. Okay. Sehr viel auf einmal. Laserplane, Sonic Pulse, Teleport, Fake Illness, Cookie. Cookie. How curious. Das wäre doch eigentlich richtig gut gewesen. Da hätte ich doch jetzt richtig Rabatz machen können. Gut. Gut. Ja, ich habe mich ja schon so ein bisschen zum Freund gemacht des Toppet-Clans. Aber ich habe auch schon mehrfach die Mission richtig beendet. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, komm. Yes, hello. Henry? Where are you? Oh, in the complex. Called the Wall. Oh, yes, of course. Well, we'll be right there. Oh, sit tight. I'll let you know when we're close. Where exactly are you? Cafeteria? Ah, jetzt helfen die mir auszubrechen. Okay, probieren wir das mit dem Neurotoxin. Aber er doch auch. Dann ist es der Undercover-Agent. Hey, Henry. It's me. Yeah, I'm undercover. Yeah, I'm here to break you out. What? It's been three years undercover. Come on, Henry. We have to go. Get to the airship. Ah, you can use this. Get down. Slingshot, sick ride. Oder Magnet. Ich glaube tatsächlich, der Slingshot hat die meisten Chancen. Gut, ich bin gelandet. Click here for a medal. I mean, you gotta work for it. Ich bin meine Medaille. Gib mir meine Medaille. Don't skip my words. Dock her feet. Nein, die haben Hände. Haben wir heute moin moin geklärt. Was? Hut? Hut? Hör jetzt auf! Will you press the right most button? Ja. Lügen. Lügen. Ach, das hatten wir schon. Scheiße. Das hat ja schon geklappt, ne? Naja gut, es gibt sicher noch weitere Verzweigungen. Ich laufe mal ohne sie. So at this point, he has only like ten help left. And he plays, the gates are open. And I'm like, look at how much I care. I don't care. Command, Melody, Pocket, Sprint. Whoopi! Ich glaube das. Jawohl. Ja, immer noch einer. Ah, das ist ja geil. Glaube ich alles. In den Ringen. Guys, I'm doing like 70 damage. No loot left behind. Nils, das ist dein Spiel. I ended up buffing up my guys and... Oh, come on. Are you serious? That was totally you. You what? Don't you accuse me. Come on, just admit it. It wasn't me. Hey. Oh. 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 Hey. Ach so Ich hab Oh scheiße, ich hab gedacht, er wird jetzt einfach Wird einfach durch 20 verschiedene Locations gezogen Weiß ich nicht Hätte ich gut gefunden, aber so war auch okay Ah Bungee Bungee An nem Seil Ja Das hätt ich mit dem ich denken können Did you just bungee jump With the plane rope Oh die Plunker Boots Die sind gut Die können nur gut sein Haha, shit Haha, aju Ja Okay, vielleicht balancieren Das war halt einfach klar Jetzt aber Also als Box Verstecken A la Hier Solid Snake Oder Als Blatt Der Shadowser Menden, become a shadow Waschbären Stickman Also Wollen wir mit der Dinghy Der Rakete Oder der SS Annie Fahren Ich nehm die SS Annie Sehr guter Shot Das ist ein bisschen lame Das hätten sie besser machen können Na gut, dann nehm ich Rakete Rakete und ich Nehm ich halt das kleine Kackboot Oh Ich glaube es war Smith Oh ja Wahrscheinlich Auf zu sehen Das war gut Das hat Spaß gemacht Das war eine richtig schöne Session Jetzt guck ich hier mal Ob ich hier nicht andere Optionen habe Wieder Da ich ja auch neue Enten geholt habe Rapidly Promoted Executive Das Interessante daran ist Das habe ich vorhin Benutzen können Obwohl ich es noch gar nicht Freigeschaltet hatte Ghost Inmate Ja das ist komplett neu Jetzt kommt Ellie wahrscheinlich Als Bösewicht Also als Guter Agent Und ich bin der Bösewicht Oder so Ah ja So ist das I'd like to Henry Where have you been? Oh, you wanna know? He was locked up at the wall with me Um, who are you? How did you get here? Oh, I'm Ellie I heard the guy I helped escape was the leader of the Toppat clan So I busted myself out and followed him I helped you escape and you just Left me What? Have you no honor? No dignity? Actions like this tarnish the Toppat name Men, is this really what we want out of a leader? He barged in here and took control of the Toppat clan for himself He's not worthy of being our leader I say we throw him overboard Who's with me? It went fast You're just coming up Why are we doing this? I thought Henry was a pretty good leader Yeah, you know This doesn't really take any loyalists to the brig Henry You are hereby dethroned from your position as leader of the Toppat clan I'm going to want that hat Yeah Jump Or I'll make you jump Kettensäge Speichern Bitten Oder der alte Dr. Gadgetto Helikopterhut Ich speicher Shot through the leg and you're to blame You give safe states a bad name Henry? We're with you, Henry Get us out of here Yeah Me? Ich frage mal Dave Come on, Dave You got this Good teamwork Thanks, Henry It's not right what they did to you Habe ich mich schön nochmal umentschieben Announcement ceremony has been completed Henry is no longer the leader of the Toppat clan How do you want to proceed, boss? I got a few ideas The good gents Deuce Oder Midnight Surprise Drei unterschiedliche Treatments Thank you again for rescuing me from Now Ja, der war wirklich nicht sehr durchdacht The good gents That was a close call Henry is still the leader I've had enough of this Oh nein Sein Zyklopenauge Quake everyone Get into this escape pod It's kinda Tight in here Ha 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 What is that? Eh Nee What now, bot? Man sieht doch die Hand von ihm Ach ja Toppat Civil Warfare Das ist ja so, so gut, ey Das ist ja Das sind also alles die Möglichen Pfade Und das sind alles die verschiedenen Enden Und ich muss sagen Das ist schon richtig gut Schon sehr lustig Guck nochmal, was ich hier machen kann Tommy? Ha Tommy Mein Hut What did you do with Henry? Ha Ha They could tell you Don't look like Henry What, do you think All stick figures look the same? Ah, komm Ein Mindcrystal Gib mir noch Ach, das ist ja geil Die Sims Was denn? Shalhoub Es ist so geil Hier oben links Die Icons sind alles Man muss sich schnell beeilen Sonst siehst du direkt Was die als nächstes machen Discuss Movie Spoilers Unlock Cells Okay Hallo Unlock Shalhoub Da Shalhoub Okay Er macht's halt einfach nicht Das geht halt nicht Shalhoub Okay Das scheint es nicht zu sein Nee Oh Der Simon hat's wieder getan Er hat wieder Escape gedrückt Äh, ja Ich muss sagen Das ist wirklich Ein sehr interessantes Tolles Spiel Hier sieht man mal Ein bisschen Ein paar der Enden Da sieht man vor allen Dingen Was auch noch alles Was hier quasi alles Noch erreicht werden kann Und so Also es ist ein sehr Sehr unterhaltsames Spiel Muss ich sagen Könnte ich jetzt Eigentlich echt Noch eine Weile weiterspielen Wir Machen aber jetzt erstmal Ein Päuschen Ich weiß überhaupt nicht Wann ich Eine Uhr haben wir Ich weiß gar nicht Wie lange wir hier spielen heute Ich geh kurz auf die Toilette Und dann gibt's unter Umständen Entweder Dasselbe Spiel Oder Ich glaube Ich starte einfach mal Was Anderes Und Lade dann irgendwas Auf meinem Spiel Stand Und guck mal Was ich dann so habe Kann sein Dass das Laden Jetzt ein bisschen länger dauert Und dadurch dann auch Die Zeit Bis wir wieder hier sind Nach der Werbung Aber ich bleibe hier Wir sehen uns gleich Bleibt dran Was ich dann sohole Was ich dann sohole Was ich dann sohole Ich gehe jetzt um